Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 29. Oktober. Volkswagen steht vor harten Einschnitten. Drei VW-Werke sollen schließen. Das Werk in Osnabrück scheint besonders gefährdet. Dies hat der Gesamtbetriebsrat in einer Pressemitteilung verkündet. Der Vorstand will in Deutschland mindestens drei VW-Werke dicht machen. Dies sagte Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo bei einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft in Wolfsburg. Außerdem sei geplant, alle verbleibenden VW-Werke zu schrumpfen. Weitere Produkte, Stückzahlen, Schichten und Montagelinien könnten dabei ebenfalls wegfallen. Alle deutschen VW-Werke sollen nach Angaben des Gesamtbetriebsrates von diesen Plänen betroffen sein. Das Gremium berief sich in der Mitteilung auf den Konzernvorstand, der den Arbeitnehmervertretern die Pläne kürzlich erläutert habe. Vom VW-Vorstand selbst gibt es noch keine offizielle Aussage. Laut eines Berichtes der Bild-Zeitung kündigte Uwe Kunstmann als VW-Gesamtbetriebsratschef in Sachsen am Montag an, dass die Mitarbeiter ab Dezember bundesweit die VW-Werke lahmlegen wollen. Diese Abwärtsspirale würden wir nicht mitmachen, so Kunstmann. Cavallo selbst kündigte Widerstand gegen die Pläne an. Sie könne nur alle Vorstände und alle an der Unternehmensspitze warnen. Legt euch nicht mit uns mit der VW-Belegschaft an, sagte sie unter dem Beifall der Mitarbeiter. Die Friedenspflicht endet bei VW Ende November. Danach sind Streiks möglich. Am Mittwoch gehen die Verhandlungen zwischen dem Management und der IG Metall über einen neuen Haustarifvertrag in die zweite Runde. Als Reaktion auf die möglichen Werksschließungen bei Volkswagen fordert Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder eine radikale Kehrtwende in der deutschen Wirtschaftspolitik. Es brauche einen Automarschallplan, sagte Söder gegenüber der dpa. Die Entwicklung bei VW sei brutal für den Autostandort Deutschland, auch wenn offenkundig Managementfehler gemacht worden seien. Söder sagte weiter, dies sei das Ergebnis des versprochenen grünen Wirtschaftswunders, Rezession und Rückschritt. Die EU und Deutschland schwächten die deutsche Autoindustrie nachhaltig durch falsche Entscheidungen seit Jahren. Der Green Deal und die Ampelbeschlüsse kosten Europa und Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit, so Söder. Konkret forderte er die Aufhebung des geplanten Verbrennerverbotes in der EU und Technologieoffenheit, sowie die Aussetzung aller CO2-Strafzahlungen und keine Zölle auf Autos. Heute sollen in Thüringen Koalitionsverhandlungen der Wahlverlierer CDU, Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW und SPD beginnen. Der Weg wurde frei, nachdem sich die drei Parteien auf einen Passus zur Friedenspolitik für einen möglichen Vertrag zur Regierungsbildung einigten, wie sie in Erfurt verkündeten. Im BSW setzte sich die Landesvorsitzende Katja Wolf damit gegen Sarah Wagenknecht durch. Wagenknecht selbst kritisierte die Einigung. Noch in der Vorwoche schien eine Einigung weit entfernt. Das BSW will Verhandlungen in der Ukraine erzwingen, CDU und SPD hingegen die Ukraine mit Kriegsgütern und wirtschaftlich unterstützen. Die Parteien wollen also auch formell in Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag treten. Für Überraschung könnte sorgen, dass die Stationierung von Mittelstrecken und Hyperschallraketen in Deutschland nicht explizit abgelehnt wird. Es wird anerkannt, dass viele Thüringer dies kritisch sehen bzw. ablehnen. Außerdem werde eine breit angelegte Debatte darüber gefordert. Die Verhandlungen sind zunächst für eine Dauer von zwei Wochen angesetzt. In Bayern hat das Flugtaxi-Start-up-Unternehmen Lilium am Montag beim Amtsgericht Weilheim ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für seine beiden wichtigsten operativen Töchter beantragt. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht hervor. Die Anträge betreffen die Firmen Lilium GmbH und Lilium i Aircraft GmbH. Wird der Antrag genehmigt, werde der Sachwalter im Laufe dieser Woche bekannt gegeben, so ein Sprecher des Amtsgerichtes auf Nachfrage. Mehr als 1000 Mitarbeiter am Verwaltungssitz in Gauting und am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen bei München müssen damit um ihren Job bangen. Rund 1,5 Milliarden Euro an Investorengeldern sind womöglich verloren. Bereits am Donnerstagabend hatte das 2015 gegründete und von dem ehemaligen Airbus-Manager Klaus Röwe geführte Unternehmen angekündigt, in den folgenden Tagen einen Insolvenzantrag stellen zu wollen. Lilium sei überschuldet und voraussichtlich zahlungsunfähig, hieß es in der Mitteilung. Zum Verhängnis wurde Lilium, dass die von ihnen seit Jahren entwickelten elektrischen Senkrechtstarter massiv hinter dem angekündigten Zeitplan zurückliegen. Bereits die Entwicklung der ersten Serienmodelle dauert länger als erwartet. Bisher gibt es bei Lilium nur einen sogenannten Demonstrator, der sich in der Testphase befindet. Norwegen will bereits zehn Jahre früher als das von der Europäischen Union festgelegte Datum keine Fahrzeuge mit Wärmekraftmotor mehr verkaufen. Ab 2025 sollen keine neuen Autos mehr mit Verbrennungsmotor verkauft werden, heißt es zumindest offiziell. Die sogenannte Elektrifizierung der Autos begann in den 2010er Jahren. Der Absatz von Elektrofahrzeugen, der 2012 in Norwegen nur 1,4 Prozent ausmachte, erreichte 2015 14 Prozent, 2019 bereits 49 Prozent und 96 Prozent im Jahre 2024. Das ist das Ergebnis einer Anreizpolitik, zu der die Befreiung von Einfuhrabgaben für Händler und Mehrwertsteuer für Käufer, kostenlose Maut auf Autobahnen, privilegierte Versicherungssätze, kostenlose Parkplätze und Fähren, Erlaubnis zur Nutzung von Bus- und Taxispuren zählen. Die meisten norwegischen Autofahrer haben für lange Strecken ein Fahrzeug mit Benzin- oder Dieselmotor behalten, sicherheitshalber. Schwere Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge werden nach wie vor von Dieselmotoren angetrieben. Das Rezept Norwegens massive Subventionen. Der Ursprung dieses Geldes? Öl und Gas. Norwegen ist weiterhin einer der Weltmarktführer im Bereich der Kohlenwasserstoffe. So werden 2 Millionen Beryl Öl pro Tag und 120 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr gefördert. Norwegen exportiert in die Welt, was ungefähr 570 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent entspricht oder dem 17-fachen seiner territorialen Emissionen. Dank dieses Geldsegens häufte Norwegen einen Staatsfonds in Höhe von 1,5 Billionen Dollar an. Dies entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Spanien. Der Städtetag Rheinland-Pfalz hält Streichungen beim öffentlichen Personennahverkehr aus Kostengründen am ehesten im ländlichen Raum für möglich. Dort gibt es zwischen den Dörfern verhältnismäßig wenige Fahrgäste. In ländlichen Regionen sei vermutlich das größte Einsparbedürfnis und auch das Potenzial dafür da, sagte die geschäftsführende Direktorin Lisa Diener in Mainz. Die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr seien in den vergangenen Jahren an vielen Ecken deutlich gestiegen. Und die Kosten würden weiter steigen, hat Diener festgestellt. Auch sei die Energie viel teurer geworden, ebenso das Personal durch Lohnerhöhungen. Die Personalkosten würden künftig durch den sogenannten ÖPNV-Index, der für das nächste Jahr geplant sei, weiter nach oben getrieben. Dieselben Grünen betonen gebetsmühlenartig, wie großartig der ÖPNV sei und ebenso wie das Schienennetz ausgebaut werden müsse. Da müsse niemand mehr mit dem Auto fahren. Und natürlich kommen ihnen ebenso die Forderungen nach Elektrobussen locker über die Lippen. Die müssten es richten. Allerdings sind die dreimal so teuer wie Dieselbusse und genügend Strom dafür gibt es ebenfalls nicht. Nebel und Hochnebel beherrschen in weiten Teilen das Wetter. Im Norden kann es etwas Regen oder Sprühregen geben. Im Süden viel Nebel in den Niederungen und dort, wo die Sonne durchdringt, kann es bis 20 Grad werden. Ansonsten bleibt es bei 12 Grad an den Küsten und 15 Grad im Landesinneren kühl. Das dürfte auch in den kommenden Tagen noch so weitergehen. Das ist schlecht für die sogenannte Energiewende von Habeck und den Superspezialisten der Bundesnetzagentur. Die Photovoltaikanlagen bringen kaum etwas und der Wind hat sich weitgehend schlafen gelegt. Und damit zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte nach den Daten der Energycharts des Fraunhofer-Institutes gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 64 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten knapp 20 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Die Photovoltaikanlagen lieferten gerade einmal 16 Gigawatt und die Windräder 19 Gigawatt. Abends um 20 Uhr lieferten die Windräder knapp 17 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke steigerten ihre Leistung auf knapp 29 Gigawatt. Tja, und von den 3,1 Millionen Photovoltaikanlagen kam nichts mehr. Auch gestern musste wieder den Tag über Leistung aus den Nachbarländern importiert werden. So 3 Gigawatt um 20 Uhr zu einem Preis von 146 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.